Hallo liebe Zuschauer, ich bin Matej Varga, ich spiele seit September Kontrabass am Gärtnerplatz Theater. Ich komme aus der Slowakei und Ungarn. Wir feiern jedes Jahr eigentlich in der Slowakei Weihnachten. Jetzt leider wegen Corona-Pandemie kann ich nicht nach Hause fahren, aber ich werde trotzdem mit meiner Frau hier in München schöne Weihnachten verbringen. Bei uns in der Slowakei verbinden wir Weihnachten immer mit einem Fest von der Familie, wo alle zusammenkommen. Es ist Warn zu Hause, alle sitzen bei einem Tisch, möglichst auch von Kindern bis zur Oma, alle Leute zusammen und jeder kriegt so eine kleine Aufgabe, welche ein Teil von dem Essen zubereiten sollte. Das heute, also dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich jetzt alleine übernehmen oder mit meiner Frau. Wir freuen uns aber trotzdem wahnsinnig jetzt dabei zu sein. Das wird jetzt meine erste Weihnachten hier am Gärtnerplatz Theater. Es sollte aber sehr schön sein. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und schöne Weihnachten! Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss!